Ich grüße euch alle. Basilikum hat die Eigenschaften Entzündung hemmend, stärkt das Immunsystem und das Herz-Kreislauf. Hilft gegen Migräne, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Ich mache mit euch etwas Schönes davon. Ich brauche die Basilikum Blätter. Mache ich hier rein. Dann braucht er noch dafür vier Stück getrocknete Feigen. Die schneide ich klein. Dann kommen wir zum Basilikum. Feigen haben Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und viele Vitamine. Jetzt brauche ich dafür Hafermilch, 200ml. Dann kommt auch dazu. Hafermilch hat keine Laktose, keine Milcheiweiß. Aber hat viele Ballaststoffe, die satt machen. Und jetzt wird das gemixt. Nach dem Feinmixen, dann kommt Olivenöl. Olivenöl ist Antioxidant. Und dann löst die ganze Vitamine auch raus. Und dann müssen wir nochmal den Feinmixen. Jetzt einfach im Glas rein und genießen. Ich probiere mal. So ein Getränk. Unglaublich. Ich empfehle euch das. Für gute Gesundheit. Lasst euch schmecken. Alles Gute und bis nächstes Video. Vielen Dank für Zuschauen. Vielen Dank.